Willkommen zu diesem Video aus der Klausurensaison. Ich beginne jetzt mit einer Serie von relativ kurzen Videos, in der ich Aufgaben aus meiner Probeklausur löse. Wie immer gibt es in diesem Video nur praktische Lösungswege zu den Aufgaben und keine theoretischen Hintergründe. Die finden Sie in meiner Open Access-Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Die können Sie kostenfrei bei Language Science Press herunterladen. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung des Videos. Hier haben wir die absichtlich spartanisch formatierte Probeklausur und wir beginnen mit der ersten Aufgabe zur Phonetik und Phonologie. Die Aufgabenstellung ist relativ einfach. Sie wird hier noch einmal eingeblendet. Sie finden hier phonetische Transkriptionen von Wörtern in IPA-Schreibweise. Und die Aufgabe ist es festzustellen, ob es ein möglicher Einsilbler des Deutschen ist. Das müssen nicht alles Wörter des Deutschen sein. Es können auch erfundene, aber eben mögliche Wörter des Deutschen sein. Das heißt, welche, die strukturell möglich wären. Und falls es eben kein Einsilbler, also kein mögliches einsilbiges Wort des Deutschen sein könnte, ist der Grund, der silbenphonologische Grund, anzugeben. Wir schauen uns das jetzt einfach mal Wort für Wort an. Das ist das erste Wort, um das es geht. Überlegen Sie doch bitte, ob das ein mögliches einsilbiges Wort des Deutschen ist. Und halten Sie dafür das Video kurz an. Das sieht hier natürlich in erster Näherung aus wie das Wort alt. Wir wissen aber gleichzeitig, dass es im Deutschen keine Silben gibt, die betont sind und mit einem Vokal beginnen. Und eigentlich unbetonte Silben am Wort anfangen können auch nicht mit dem Vokal beginnen. Das wäre hier aber der Fall. Das Wort beginnt, die Silbe ist betont, beide Bedingungen erfüllt. Und hier ist kein Konsonant. Das heißt, dieses Wort ist tatsächlich strukturell im Deutschen unmöglich. Da fehlt der sogenannte Glotalplosiv. Das hier wäre jetzt eine mögliche Version, wie man das retten kann. Wir fügen einfach hier den Glotalplosiv ein. Alt. Sie hören ihn eigentlich auch, wenn Sie es wissen, dass er da ist. Hier ist gleich das nächste Wort. Überlegen Sie wieder, ob das ein mögliches einsilbiges Wort des Deutschen sein kann. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Fangfrage. Das kann kein einsilbiges Wort des Deutschen sein. Das ist sogar ein Wort des Deutschen, nämlich das Wort Hunde. Ich schreibe dieses runde U für das, was in der gedruckten Type eigentlich oben diese kleinen Schürzen hat. Das Problem ist, wir haben hier zwei Vokale, deswegen zwei Silbenkerne und damit ist es zweisilbig. Deswegen kann das kein einsilbiges Wort des Deutschen sein. Und gleich das nächste Wort. Denken Sie wieder drüber nach. Hier haben wir es jetzt tatsächlich mit einem deutschen Wort zu tun, das auch existiert. Dieses Wort beginnt mit einem Konsonanten, es endet mit einem stimmlosen Konsonanten. Wäre der stimmhaft, würde es nicht gehen. Es gibt exakt einen Vokal, der steht hier im Kern dieses einsilbigen Wortes damit. Und damit ist das ein möglicher deutscher Einsilbler. Und wie wäre es bei dem Wort hier? Denken Sie wieder drüber nach. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall nur eine Silbe maximal. Wir haben auch nur einen Vokal, ein Ö. Wir haben dann hier den Glutalplosiv. Sehr gut. Das heißt, es ist sichergestellt, dass dieses Wort nicht vokalisch anlautet. Und dann haben wir hier ein T. Das könnte natürlich auch am Ende einer Silbe stehen. Öt. Naja, außer dass dieser Punkt da steht. Was bedeutet dieser Punkt? Das ist eine Konvention aus der germanistischen Linguistik. Die bezeichnet das Silbengelenk. Das heißt aber auch, wenn Sie sich zum Beispiel das Video zum Silbengelenk anschauen oder die Vorlesung dazu, in einem einsilbigen Wort kann es niemals ein Silbengelenk geben. Es heißt ja Silbengelenk, weil es zwischen zwei Silben auftritt. Das heißt, dieses Wort ist kein möglicher Einsilbler des Deutschen. Und zwar aus dem Grund, dass hier ein Silbengelenk sein soll, laut dieser Transkription. Da kann aber keins sein. Wäre dieser Punkt nicht da, wäre es ein etwas ungewöhnliches Wort. Öt. Das könnte es aber geben. Vom Silbengelwicht her hätten wir hier eine Moore und hier eine Moore. Dann wäre es auf jeden Fall schwer genug. Das würde funktionieren. Der Glottalplosiv ist da. Es wäre alles gut. Nur der Punkt. Und abschließend noch dieses Wort hier. Denken Sie wieder drüber nach. Hier wäre es zum Beispiel hilfreich, sich genau zu überlegen, wie dieses Wort ausgesprochen würde. Wir haben den bilabialen nasal, wir haben hier den alveolaren nasal, wir haben hier den alveolaren stimmlosen Plosiv. Und hier haben wir ein U, kein O. Und das soll lang sein. Das heißt Mund. Und hier müssen wir jetzt genau aufpassen. Selbst wenn wir diese Transkription gut lesen können, kann es sein, dass wir denken, Mund kann kein einsilbiges Wort des Deutschen sein. Und woher kommt das? Das kommt daher, dass es keine Stämme gibt, die so aussehen. Als Substantivstamm, also eben auch als Nominativ Singular, wäre das ein sehr ungewöhnliches Wort. Mund. Das hängt mit der Moorigkeit, also mit der Schwere dieses Wortes zusammen. Überlegen Sie mal, wie viel Moorig diese Silbe wäre. Das ist ein langer Vokal, der wäre zweimorig. Das ist ein ganz normaler Konsonant, der wäre einmoorig. Und hier haben wir noch einen Konsonant, der wäre auch einmoorig. Damit hätten wir hier vier Mooren. Ja, wir wissen, das ist dann überschwer. Es ist ganz gut, dass hier ein T ist, denn dann wissen wir, wir können das extrasilbisch analysieren und dann zählt das nicht als Moore zum Silbengewicht. Und damit geht das. Das Problem ist, dass das normalerweise in Stämmen nicht auftritt. Das passiert typischerweise in Flexionsformen, wo dieses T als Flexionsendung antritt. Wäre zum Beispiel Munen ein Verb, dann wäre das hier eine völlig korrekte dritte Person Singular Präsens Indikativ. R-C-S-M-U-N-T. Und hier muss man eben aufpassen, es wird nichts darüber gesagt, dass das kein flektiertes Wort sein kann. Das wäre auf jeden Fall eine akzeptable Silbe des Deutschen mit einem extrasilbischen T. Und damit ist das ein Einsilbler des Deutschen, ein möglicher. Wenn man sich aber das Wort so vorspricht, wie es da steht, kann man auf den Gedanken verfallen, das sollte ein Substantiv sein. Und als Substantiv wäre das nicht phonologisch direkt ausgeschlossen, aber durch über die reine Phonologie hinausgehende Beschränkungen auf den Wortschatz, auf Substantive, würden wir sagen, eigentlich nicht. So wie die Aufgabenstellung ist, ist das ein ganz normales einsilbiges Wort mit einem extrasilbischen T. Und damit danke ich Ihnen für dieses Video. Fragen und Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.